und weiter geht's mit starcraft schön dass ihr alle dabei seid und mal wieder ein terren so ich mach mal hier kurz noch busy ich mach wieder einen pylon scout so wie beim terren immer ich bin schon ein bisschen müde ich merke total ich hab grad schon ein game gespielt und da war ich auch total müde und konzentriert chronobus vergessen so 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 oh je 16 zweiter peilen und jetzt gasen hier den auch gut da kommt ein gas das heißt da kommt wahrscheinlich bei einem tag hier unwahrscheinlich dass one drags cc kommt 1 2 2 2 3 4 5 4 3-3, passt. Da auch mal noch einen Pilot hin, und da, aha. Gut. So, Probes sind genug. Und dann schaue ich gleich mal, was er macht, mit den beiden. Okay. Ja. Ich gehe trotzdem auf meine Echse. Standardmäßig ja bei mir. Ich kann ja hier die Rampe ganz gut blocken. Okay. Okay. Und mehr davon. Okay. Oh, was kommt da? Wo ist mein zweiter Observer? Ja. Hier. Perfekt. Okay. Okay. Okay, er kommt doch nicht raus, oder wie? Doch. Jetzt kommt er. Komm. Komm. wieder her. Okay. Gut. Gut. Jetzt kann ich wieder Probes bauen. So. Auf geht's. Das Zimmer hat er schon gehabt. Ich glaube er kommt gleich wieder. So wie ich es gerade hier irgendwie in der Minimap sehe. Sehr gut dieser Observer hier. Sehr gut dieser Observer hier. Okay. Okay. Diesmal saßen die Forcefields einigermaßen. Okay. Zwei Marauder. Schmerzer. Gegen. Einen Sentry. Ganz gut. Denke ich. So. Okay. Und ich brauche wieder Salads. Und Pylons. so und er kommt schon wieder da kommt er jetzt wirklich hier alles gekillt so jetzt heißt es für mich auf jeden fall nochmal zu axeln jetzt wenn er so viel bio spielt dann geht es auf jeden fall auf high templar gut hier wird er wohl durchkommen wenn er kommt mit den force fields gerade eben habe ich halt versucht dass er nicht weiterkommt dass ich hier rein stimmen kann irgendwie hier außen rumlaufen kann also und er das zweite war dann nicht ganz so gut das war halt ein bisschen fehl aber im endeffekt habe ich ihn abgeräumt das zählt für mich und jetzt scout ich noch einmal kurz auf irgendwo eine andere base hat und dann zum watchtower schau mal da ist seine armee gut es wollte gas wieder besetzen gut er spielt nur bio zu ok der supply block wie so oft ist ok der drop hat jetzt nicht mehr ganz so viel gebracht so weil ähm meine minuels hier schon fast alle weg sind und die base immer ja uninteressanter wird für mich ähm trotzdem werde ich jetzt halt hier mal noch ein paar camps hinbauen genau genauso wie hier dann auch das muss ja nicht sein so ein drop ja okay wozu meine probes lauter attack auf geht's war so ein glück so und danke gut das ist genug so, jetzt hab ich genug Camps so nochmal hier ein paar probes hin nochmal scouten wie es ausschaut mit dem mit dem bases und noch ein paar Säke hier hin gut dann noch ein paar äh, ein paar stalker äh, upgrade ok und noch mehr kolosse kommt jetzt raus, oder wie ok oh, und ich hab keinen Range so, ok und los geht's oh, das wird schön gebrutzelt das wird so gebrutzelt komm, brutzel, 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 brutzel das wird so oh oh natürlich hab ich's verkackt, ey noch fast verkackt oh, ok schon gedacht ich jetzt verkackt so, jetzt geht's weiter gleich weiter gleich weiter ich glaub einfach ich kann schneller remaxen als er ja, ich will eigentlich überdenken noch ein paar gates bauen und die ghost auch noch so 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 komm okay hinter nebenher äh, expandieren das ist ma'am die dritte oder hat viel spaß da drin Und ein paar Templar. So, das klappt gut. Gute Arbeitsweise. Was macht ihr denn da, hä? Was mache ich denn mit den Probes? So. Ihr könnt da hin. Gut. Oh, schade, dass du dich nicht mehr hatten kannst. So. Dann geht ihr mal... Ah, das ist eine Planetäre, okay. Okay. Nur für Depleted. Okay, schon wieder einer Exhaustet. okay Okay. Ich bin hier in den Schatten. Okay, ich glaube, ich sollte mal hier Druck machen ein bisschen. Was ist das? oh man ich habe so ein vorteil gehabt wo ich muss dann mal ein neues abgelaufen er will es jetzt wissen glaube ich oder nicht Probes an der Tag? Achso. Ja, an der Tag. Okay, okay, okay. Warte, nochmal. Okay. Oh, nicht immer noch nicht, ey. So verrückt. Terran, ey. Sorry, aber... Oh je. Komm, Eichhorns, Eichhorns, jetzt kommt ihr mit allem. Jetzt kommt ihr mit allem, oder? Okay, komm. Ui, das war jetzt grad ein scheiß Engagement. Oh nein. GG. Bis zum nächsten Mal.